Willkommen zu einer weiteren intensiven Vorbereitungswoche für unsere geliebte Borussia Mönchengladbach. Wir haben aktuelle Updates direkt aus dem Schulungszentrum und die Neuigkeiten sind ermutigend. Beginnend mit den Kriegern auf dem Feld ist Jordan Sibachoy, der uns im letzten Spiel gegen Borussia Dortmund Sorgen bereitete, als er in der Halbzeitpause wegen einer Schulterverletzung ausgewechselt wurde, wieder im Training. Trainer Gerardo Seuane teilte mit, dass Jordan immer noch leichte Schmerzen verspüre, heute aber normal trainieren könne. Das ist für uns alle eine Erleichterung und der Trainer glaubt, dass er im nächsten Duell gegen die TSG Hoffenheim bereit sein wird, zu glänzen. Andererseits haben wir die tolle Nachricht, dass Hannes Wolf wieder im Mannschaftstraining ist. Wolf erlitt im Oktober einen Meniskusriss im Knie und ist nach einer Genesungsphase bereit, unseren Kader zu verstärken. Trainer Seuane betonte, wie wichtig es sei, dass Wolf vor seiner Rückkehr ins Team wieder volles Vertrauen in seinen Körper zurückgewinne. Wir freuen uns darauf, dieses Talent wieder in Aktion zu sehen. Allerdings fallen einige Spiele aufgrund von Verletzungen und medizinischen Problemen immer noch aus. Nico Elwedi und Robin Hack fehlen aus persönlichen Gründen, während Toni Janschke mit einer Oberschenkelverletzung zu kämpfen hat. Jonas Omlin erholt sich von einer Schulteroperation, Lukas Ulrich erholt sich ebenfalls von einer Schulteroperation und Kao Itakura erholt sich von einer Knöcheloperation. Wir wünschen allen eine baldige Genesung. Zur Freude der Fans ist das Training am Mittwoch um 11 Uhr und 30 Minuten Mess für die Öffentlichkeit zugänglich und bietet die Möglichkeit, die intensive Vorbereitung unserer Spieler hautnah mitzuerleben. Die anderen beiden Trainingseinheiten der Woche, am Donnerstag und Freitag, finden hinter verschlossenen Türen statt, wir werden jedoch die sozialen Medien des Clubs im Auge behalten, um exklusive Einblicke zu erhalten. Lasst uns unsere Fohlen tatkräftig unterstützen, während sie sich auf einen weiteren Kampf in der Bundesliga vorbereiten. Hinterlasst unten eure Kommentare, Fans. Wie denkst du über die Rückkehr von Jordan und Wolf ins Training? Wir sind bereit für eine weitere spannende Woche mit Borussia Mönchengladbach. Gemeinsam sind wir nicht aufzuhalten.